Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir das Buch gefunden, was über die Krogmaske erzählt hat. Und wir wissen nun ungefähr, wo die zu finden ist. Nämlich hier, in den verlorenen Wäldern. Ein nicht gerade einladend aussehender Wald. Ich steig einfach mal ab, würde ich sagen. Das ist besser, glaube ich. Und wir sehen, es ist furchtbar ein Hebel hier. Es ist einfach wunderschön. Oh, die Musik ist auch toll, finde ich. Also es ist wirklich sehr schön. Da vorne brennt ein Feuer. Okay, ich nehme jetzt einfach mal stark an, dass uns diese Feuer den Weg weisen. Wir gehen einfach mal den Feuern entlang. Uh, Raben. Oh Gott. Es ist ein Fuchs. Also die Tiere sind hier auf jeden Fall sehr gut unterwegs. Kann man gut jagen. Warte mal. Oh, schon tot. Sehr schön. Also das ist ja wirklich ein Schlafenland hier. Finde ich gut. Okay, wir lassen Tesla einfach mal da. Oder nehmen wir sie mit? Ja. Wer weiß, wie weit wir gehen müssen. Und dann wäre es doch vielleicht günstiger, ein Pferd zu haben. Was passiert eigentlich, wenn wir von diesem Pfad abkommen, den uns die Lichter hier zeigen? Was würde passieren, wenn ich hier einfach so ein bisschen einen eigenen Weg geben? Oh je, das Gelächter klingt nicht gut. Ja. Habe ich mir schon gedacht, wir werden wieder zum Anfang teleportiert. Denn der Wald will nicht, dass wir vom Weg abweichen, den er uns vorgibt. Gut. Wie ist es dann eigentlich mit Tesla? Bleibt ihr dann an dem Platz? Weil dann wäre es vielleicht doch klüger, sie stehen zu lassen. Ah ne. Ich nehme es einfach mit. Ich riskiere es. Also wissen wir jetzt, dass wir halt hier diesen Weg langlaufen müssen. Uh. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt so einfach ist. Ja, in dem Tempo ist gut, denke ich. Sollen wir da einfach mal lang gehen? Oder warte mal. Ich will mal auf die Karte gucken. Wie sieht das aus? Okay. Genau, da ist der Salia-See. Mhm. Und das ist alles hier Wald. Mhm. Irgendwo ist hier auch noch der Wald der Crocs und der Wald von Hyrule. Das ist alles von einem Waldgebiet. Ich nehme an, das könnte vielleicht der Krogwald sein? Ich weiß es nicht. Ich schätze ich einfach mal. Aber das wird ein eigener Wald sein. Der Teil hier vorne werden die verlorenen Wälder sein. Und das da drumherum ist wahrscheinlich der Hyrule-Wald. Oder sowas, irgendwie sowas in der Art. Ja, also mit Pferd ist es wirklich nicht unbedingt angenehm. Aber ich nehme es ja einfach mal mit, wie gesagt. Uh, uh. Jetzt bin ich wieder hier abgekommen scheinbar. Und wir sind wieder am Anfang. Ja, steig ab. Das ist mir zu blöd. Ich lasse ihn doch hier. Komm. Bleib mal hier. Aber der Wald sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Der gefällt mir super gut. Ich habe super Lust, den hier zu erkunden. Er sieht definitiv anders aus, natürlich, als in, zum Beispiel, Ocarina of Time. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil jetzt ist es eher so ein Geisterwald geworden. Da war wieder ein Rabe. Und ist das Abendrot da? Ne. Was ist denn das da für ein roter Strahl? Keine Ahnung. Äh, wo ist denn das eigentlich hier? Wo geht es denn eigentlich? Da, ne? Ja. Jetzt wird das alles schon ein bisschen weniger linear. Da hinten ist ein Licht. Darf ich da einfach langlaufen? Ne, 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 ne. Oh, ich bin doch rausgegangen. Okay, das wird auf jeden Fall lustig hier. So, da wären wir wieder. Ich wusste gerade nur nicht genau, wo ich weiterlaufen soll. Und außerdem sind wir eigentlich hier reingegangen, um die Grogmaske zu finden. Hallo? Ach, weil ich da ins Gras gegangen bin. Ich darf wirklich nur auf diesem Trampelpfad laufen. Okay, da muss ich hier wirklich peinlich genau vorgehen. Wenn ich da wirklich kein bisschen von abweichen darf. Aber dieses Feuer hält diesen mysteriösen Nebel scheinbar fern. Das ist auch sehr interessant. Wenn ich jetzt eine Fackel anzünden würde, wenn ich denn eine hätte, habe ich eine. Ich habe eine. Ach, guck mal. Und wenn ich eine anzünden würde, würde mir das helfen. Ja, ich glaube, das könnte den Nebel abhalten. Oh, ich darf ja... Scheiße, Moment. Aber das müsste doch theoretisch den Nebel fernhalten. Ja, es scheint so. Das ist ja höchst interessant. Gucken wir mal. Okay, da ist ein Spalt. Und in den Spalt, in den Bäumen, soll die Maske versteckt sein. Jetzt ist das Problem, kann ich das abfackeln? Ne, scheinbar nicht. Okay, dann muss ich es doch mal ausmachen. Okay, scheint aber alles zu funktionieren hier. Nein, warte mal. Ich brauche was anderes. Die Axt. Schade. Ich dachte, ich kann das vielleicht aufmachen, aber dem ist nicht so. Oh, oh. Der Nebel kommt hier so auf mich zu. Hm. Ach, guck mal, da lehnt sogar eine Fackel. Also ist es wahrscheinlich wirklich so gedacht. Und hier sind auch Tiere unterwegs. Es ist der Wahnsinn. Es ist das Jagdparadies. Ach, guck mal, hallo. Ist sie das? Nein, das ist eine Waldlanze. Diese Lanze haben die Crocs für Heliana angefertigt. Sie ist leicht und robust. Die Spitze ist aus besonders hartem Holz geschnitzt. Aber ich habe keinen Platz. Ich muss meine Waffentasche vergrößern lassen. Wirklich. Mit der Maske der Crocs sollte das denn alles besser machbar sein. Aber eigentlich bin ich zu wenig Exalans. Wie viele Punkte hatte die nochmal gehabt? Elf. Ach so, ne. Dann tschüss, oder? Warte mal, wie viele hatte die? Ja, ne, dann tschüss. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo kann ich lang gehen? Wo ist Trampelpfad? Sollte ich vielleicht doch wieder mit Fackel gehen? Aber dann kann ich halt so schlecht erkunden. Okay. Ich werde es tun. Ach, ich darf nicht vergessen, dass ich nicht rennen kann. Ach, das ist so lästig. Ah ja, dann trotten wir halt ja hier gemütlich so ein bisschen rum. Da ist ja nichts drin. Irgendwo muss hier die Maske drin sein. Hä? Okay. Scheinbar schützt mich das Feuer der Fackel doch nicht. Komisch. Warum war denn da eine? Ach, guck mal, es gibt Checkpoints. Ach, danke. Ich dachte, ich lande jetzt wieder komplett am Anfang. Aber das verstehe ich nicht. Also irgendwie scheint mich das Feuer doch nicht zu schützen. Zumindest nicht vor dem mysteriösen Teleportationsnebel. Kann ich dem entfliehen? Oder ist es wirklich so, dass es da einen vorgegebenen Bereich gibt? Oder wandert das ab? Fragen über Fragen. Aber hier ist kein Spalt im Baum. Nein. Es soll ja einen Trick geben, mit dem man hier ganz einfach durchkommt. Haben wir ja gelesen in Kletis Gerüchteküche. War das, glaube ich. Ich wollte ja eigentlich nur in den Wald von Hyrule. Und dann war das dann doch der verlorene Wald. Naja. Jetzt sind wir hier. Jetzt werden wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Und what? Hier ist ein Schrein in der Nähe. Ach, guck mal an. Okay. Aber irgendwas muss mir doch die Fackel bringen. Ist die einfach... Weil es schön aussieht, oder was? Wenn ich hier mit Fackel durchlaufe. Ist das vielleicht der Pfad? Das sieht so pfadmäßig aus, irgendwie. Was könnte ich denn tun, was den Nebel abhalten könnte? Habe ich irgendwas vielleicht sogar schon dabei, was mir helfen könnte? Vielleicht finde ich mich mit Monster eingeweiht und Schleim einreibe und dann verschont mich der Nebel. Ich glaube eher nicht. Muss ich vielleicht was anziehen, was ich schon habe. Vielleicht ein Hylia-Gewand. Vielleicht jetzt zeichnen, dass ich Hylianer bin und dass ich hier freundlich unterwegs bin. Irgendwie sowas vielleicht. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, eigentlich. Das ist gar nicht so abwegig, glaube ich. Das mache ich einfach mal. Wahrscheinlich ist es kompletter Wumbug, aber egal. Egal. Sind wir wenigstens passend angezogen. Guck mal hier. Das ist doch... Das ist doch zu. Das muss ich doch aufmachen. Das kann mir doch keiner erzählen. Dass ich hier nicht aufmachen darf. Nee, ich kann hier ein bisschen den Rasen mähen. Mehr aber auch nicht. Das frustriert mich. Und warum sieht der Baum so komisch aus? Ich will die aufmachen. Lass mich die... Nein. Auch mit meinem neuen Fashion-Outfit lässt mich der Wald hier nicht passieren. Jetzt wechsle ich mal die Taktik und renne einfach durch. Ich muss mal gucken. Warte mal. Ich will mal auf die Karte gucken. Ich habe den Verdacht, weil hier ist ein Loch. Also hier sollte ich auf jeden Fall mal hin. Vielleicht fängt hier ein neues Stück an. Auf jeden Fall will ich hier mal raus. Also muss ich einfach straight geradeaus rennen. Ich will mir einfach mal hier einen Punkt hinsetzen. Äh. Ja. Egal. Totenkopf. Nee, Blatt. Ja, Totenkopf. Irgendwie sowas. Und jetzt einfach... Rennen, 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 rennen. Einfach durch. Weil ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie eine... Cooldown-Zeit. Bis der Nebel wieder zuschlägt. Und deswegen ist hier, glaube ich, Schnelligkeit gefragt. Einfach. Aber ich will natürlich auch parallel die Kroggmaske finden. Die Augen vom Fuchs haben gerade so komisch geleuchtet. Ist da was? Nein, da ist nichts drin. Okay. Hier sind keine Bäume mehr. Das sieht nach einem Gang aus. Ja. Das sieht anders aus hier plötzlich. Der Nebel ist zwar noch da. Aber ich glaube... Ja, das sieht doch sehr gut aus. Da kommen Erinnerungen hoch. Warte mal. Ich will natürlich erstmal hier erkunden, was hier ist. Ist hier irgendwie was Spannendes? Da oben? Ne. Das war mal wieder so eine komische Eingebung von mir. Ne. Da können wir einfach richtig ordnungsgemäß hier durch den Tunnel durchlaufen. Und... Das sind ja eine Menge Kroggs. Ich vermute mal ganz stark, dass das der Walde Kroggs ist. Überraschung. Es ist der Walde Kroggs. Ach, sehr schön. Jetzt haben wir den auch gefunden. Uh. Uh. Seht ihr? Das ist ja hier ganz schön ruckelig gerade. Boah. Boah. Boah, ist das ruckelig. Ach du meine Güte. Aber wir dürfen uns hier diese... Ja. Begegnung hier... Nicht verderben lassen. Jetzt geht's wieder. Das sieht ja sehr interessant aus. Und da ist Maronus. Hallo. Oder zumindest glaube ich, dass es Maronus ist. Ich. Ich muss tanzen. Was ist denn das denn dafür? Feuerprobe. Weg aus dem Wald. Das ist ja toll. Oh mein Gott. Dieser Wald ist so schön. Und die ganzen Kroggs. Hallo. Und hallo. Was haben wir denn da? Ist das... Etwa... Ist das etwa das... Das hat das Master Schwert. Nee, ne? Oh. Link. Der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Oh. Oh. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Du kennst mich. Endlich bist du gekommen. Einhundert Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Entschuldigung. Ich war ein bisschen tot. Ich bin so eine Dorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, Bruder. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von Alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bandschwert. Und ob du es glaubst oder nie. Du selbst warst es, der vor hundert Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, wenn du deine einstige Stärke wiedererlangpasst, wirst du auf der Stelle den Tod führen. Nimm dich in Acht, mein Junge. Egal, wie viel Kraft du vorgibst zu besitzen, dieses Schwert durchschaut dich. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Hauptziel, das Schwert des Helden. Okay. Ich weiß nicht, ich kann nicht widerstehen. Ich spüre eine magische Anziehung. Das Schwert, es ruft mich gerade zu. Ich muss es versuchen. Ich will es versuchen. Ich will es ziehen. Oh, erhalten. Vor hundert Jahren konntest du es mühelos herausziehen, aber du scheinst schwächlich geworden zu sein. Du musst wieder zu deiner alten Stärke zurückfinden. Ho, 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 ho. Nee, nee, nein, nein, nein. Ich bin total bereit und stark und alles. Und lass mich nochmal, bitte. Das genügt. Das genügt. Wenn du das Schwert nicht losgelassen hättest, wärst du gestorben. Törichtes Kind. Beim nächsten Mal werde ich dich nicht aufhalten. Wenn du dich der Prüfung stellst, musst du bereit sein. Oh, ich werde wieder aufgeheilt. Dankeschön. Okay. Und wir sehen, wir haben noch nicht genug Herzen. Unser Körper ist einfach noch nicht stark genug, um die überwältigende Macht des Masterschwerts zu vertragen. Oder des Bannschwertes. Okay. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung. Aber es ist so. Und die Wechsel auf Prinzessinnen und Enzjahren. Unsere Blume ist einfach wunderschön, finde ich. Ja. Welche unverhoffte Begebenheit. Und, ich muss kurz erwähnen, das Schwert ist ja in diesem kleinen Dreieck hier. Und genau so sieht auch die Statue aus, die in der Collectors Edition dabei war. Finde ich sehr cool, dass die so originalgetreu ist. Und dass es im Spiel wirklich so aussieht. Und, ja, falls ihr euch für die interessiert, die ist auch zu sehen in meinem Unboxing zur Collectors Edition von Zelda. Findet ihr auf meinem Kanal, könnt ihr bei Interesse nachgucken. Wir können uns natürlich noch ein bisschen im Wald umgucken. Diese Lampen sind auch cool. So Bohnen irgendwie. Ich bin wirklich fasziniert von diesem Wald. Man vielleicht schon leicht gemerkt haben könnte. Was gibt es hier zu sehen? Ich bräuchte mal wieder einen Wegweiser. Die wären ganz nett. Wo geht es hier lang? Geht es hier... Moment mal. Ich fürchte, hier geht es schon wieder raus. Könnte ich mir vorstellen. Ja, nee, da will ich erstmal nicht lang. Ich will wirklich sehen, was es hier gibt. Aber das ist nicht allzu vielfürchtig. Was haben wir denn hier? Okay. Geht es unten durch. Das sieht auch schon wieder nach einem Weg in ein neues Gebiet aus. Oder komme ich hier wieder zurück? Doch, ich komme mit zurück. Okay. Alles klar. Oh, was war das? Ein Krogfächer. Nee, haben wir schon einen. Ach, guck mal an. Ein Schrein. Der Kiyou-Schrein. Den können wir auf jeden Fall schon mal aktivieren. Und können ja eigentlich auch spaßeshalber dann mal reingehen. So, der wäre aktiviert. Aber ansonsten würde ich ganz gerne auch nochmal mit Maronus reden. Vielleicht hätte er irgendwas zu sagen. Oh, du bist es. Warum so still? Ich bin es doch. Der Musikant aus dem Wald der Krogs. Maronus. Wie ich sehe, hast du den Weg durch die verlorenen Wälder hierher gefunden. Und hast du die Krogsamen, die du für mich finden wolltest? Wenn das so ist. Wenn du mir Krogsamen gibst, kann ich eine deiner Taschen größer machen. Na? Wie viel verlangst du eigentlich? Sechs waren es, glaube ich. Fünf. Hab ich leider nicht. Tut mir leid. Nein. Kann ich nicht. Würde ich gerne. Beim nächsten Mal. Hier war doch die Rede von einer Feuerprobe. Ist damit das Bandschwert gemeint oder was anderes? Vielleicht irgendein lustiges, spaßiges Krogspiel? Ich fürchte aber nicht. Ach, verdammt. Ich hab die Schuhrkröte nicht mehr erwischt. Kann ich mit Prüfung gefährlich? Da, Mius. Werte Held, ich habe bereits auf dich gewartet. Wie findest du die schwierigste Prüfung der Krogs? Die Feuerprobe. Du musst es mit dem Krog Waffen-Set bis ans Ende schaffen. Du musst es mit dem Krog Waffen-Set bis ans Ende schaffen. Na? Ja, ich mag Herausforderungen. Dann los. Du musst Schwert, Bogen und Schild angelegt lassen. Wenn sie kaputt gehen, wird die Prüfung abgebrochen. Hm? Was soll das denn werden? Deine Taschen sind ja voll. Wenn du nicht etwas Platz in deinen Waffen-Schild- und Bogen-Taschen schaffst, können wir nicht beginnen. Okay. Waffen, Schild und Bogen. Dann können wir... Was werfen wir mal kurz weg? Die spawnen die Sachen eigentlich nach einer Zeit. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich... Was können wir denn wegwerfen? Na, die Fackel hätte ich schon ganz gern. Werfen wir halt die mal weg. Waffen, Schild und Bogen war es ja genau. Können wir so einen wegwerfen. Brauchen wir im Notfall auch nicht wieder und dann... Das Ding. Okay. Jetzt. Ja. Ja. Wissen wir. Ich versuch's mal. Dann los. Ja. Hm. Gut. Let's go. Das Ziel ist der Schrein am Ende dieses Weges. Also los. Die Feuerprobe. Warte mal ganz kurz. Also mein Ziel ist der Schrein. Habe ich hier eine begrenzte Zeit? Nee. Nee, ne? Okay. Muss ich hier auch Gegner besiegen oder ist das optional, wenn die mich nerven? Noch sind's nur Flederbeißer. Die gehen ja voll. Ich renne einfach mal so lang, es geht durch, würde ich sagen. Oh, 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 oh. 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 Ich wollte gerade fragen, ist hier auch der Nebel wieder da, der mich teleportiert? Und dem ist leider so. Das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher und nicht angenehmer. Oh, haben nicht die Nebel des Waldes verwirrt? Möchtest du die Prüfung aufgeben? Nein, ich würde ihn natürlich nicht aufgeben erst mal. Ich will's nochmal probieren. Okay, ich muss mich hier wirklich... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich hier am besten vorgehe. Also, ich weiß auch vor allem nicht, welchen Schrein ich jetzt genau erreichen sollte. Wird dann halt da hinten sein wahrscheinlich. Und ich muss schon wirklich auf diesem Weg bleiben. Aber ich will gerade mal wissen, wie stark sind eigentlich die Waffen, die ich hier benutzen darf. Das Waldschwert, eine von den Crocs hergestellte Schwert. Da es aus Holz ist, dienen es in erster Linie zur Verteidigung. Außerdem lassen sich damit Ranken oder Wurzeln aus dem Weg räumen. Interessant zu wissen. Waldbogen. Diesen Bogen aus Holz und einer Grasfasersehne sollen die Crocs wie Viljana angefertigt haben. Sieht primitiv aus, aber kann mehrere Pfeile gleichzeitig verschießen. Oh, Hallöchen. Welch gutes Stück. Das Waldschild, ein Schild, den die Crocs wie Viljana angefertigt haben. Stärker als er aussieht, denn die Crocs genau wissen, welche Holzarten am besten dafür geeignet sind. Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich da total Trash-Sachen bekommen habe, aber ich habe wirklich gut Sachen bekommen. Ich vermute allerdings, dass das Equipment schnell kaputt geht, obwohl es sehr stark ist. Ich glaube, dem ist auch so. Nur weiß ich, da muss ich lang, ne? Vermute ich einfach mal ganz stark. Ich muss leider mal einsetzen. Hä? Achso, ich muss drüber, 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 drüber. Hallo, hallo, Link. Hallo, Link. Danke. Ne, muss ich lang. Stopp, stopp. Da lang? Ne, da nicht lang. Nein, nein, nein. Ich bin... Okay. Ich musste wirklich komplett über die Fässer, die mit deinem Weg standen. Okay. Kein Problem. Try again. Also die Schwierigkeit ist definitiv der Nebel. Ohne Nebel wäre das eigentlich soweit ganz gut machbar. Okay, der... Ach du, er hat mich gesehen. Ich habe mich gerade schon gefreut. Ich will die Waffen eigentlich nicht gegen die einsetzen. Erstmal. Stehen die jetzt anders? Ne, die stehen nicht anders. Das kann man gerade nur so vor. Hallo, Link. Kann ich da nicht hoch? Kann ich weiter? Warte, nein, nein, Link, Link. Spring doch. Bitte. Bitte kletter. Ja, danke. Okay. Achso, schieben oder was? Ne. Ich verstehe das nur gerade nicht. Muss ich da anders rüber? Muss ich da so... Link, spring doch jetzt mal bitte. Meine Güte. Dankeschön. Da ist jetzt... Da kann... Da ist doch ein Vorsprung. Da kannst du doch hoch, oder nicht? Ach, komm. Bitte. Nein. Wenn ich besiege... Ja, ich glaube, ich besiege den Schleim. Der ist mir gerade ein bisschen zu nervig. Weil... Doch, jetzt... Achso, ich muss sie doch umstoßen. Okay. Ja, hier ist es bisher ruhig. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Es wird natürlich nicht einfacher. Und hier sind jetzt Feuerfeder, Weiße und... Skelette, die auch noch Eispfeile auf mich abholen. Und ein Elektro-Glibber. Ach du meine Güte. Und ein Octorok-Tümpel. Ja. Ja. Ach, ich darf... Nein, das... Okay, der ist zu tief. Oh, Mann. Gibt's Checkpoints? Bitte, ja. Gibt's Checkpoints? Hä? Wo bin ich? Es gibt natürlich keine Checkpoints. Danke dafür. Achso. Ich bin noch drin. Okay. Nee. Vergiss es. Okay, aber ich lande trotzdem hier. Also es bringt mir gar nichts ungefähr. Ich sollte... Ich sollte... Ich sollte was essen, was... Ja, aber das ist so eine Verschwendung. Was meine Herzen auf jeden Fall auffüllt, glaube ich. Das ist sonst... Es wird das sehr schwierig. Und ich sollte eventuell die Kraftmedizin zu mir nehmen. Weil ich die Effektivität von meinen Attacken steigern muss. Ganz dringend. Damit ich die Waffen nicht so oft einsetzen muss. Ich gehe jetzt einfach mal ganz verschwendig mit meinen Sachen um. Esse... Das hier. Okay. Die Medizin brauche ich in der ersten Passage noch nicht. Weil da sind die Gegner noch. Ohne Kämpfen machbar. Das ganze Getier hier. Das kann man sich schenken. Dann, wenn es schwieriger wird. Kann ich da mal drüber nachdenken. Ach, das ist schon freigeräumt weiterhin. Gut, danke. Das ist schön. Jetzt muss ich mal überlegen. Wie es hier weitergeht. Das war nicht gut. Ich habe fast angefangen zu brennen. Hier sollte man auch taktisch spielen. Und wie geht es hier weiter, ist die Frage. Nur habe ich natürlich auch nicht allzu viel Zeit, hier so nachzudenken. Es muss ja wirklich irgendwie hier so durch den Tümpel gehen. Ach da. Ich darf nur da laufen, wo es... Nee. Wo der Schatten ist oder was? Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also ich darf da laufen, wo der Schatten... Hä? Was? Wo das da so schwarz war? Aber das war doch der Schatten vom Baum oder nicht? Ich bin verwirrt. Aber ich würde es eigentlich ganz gerne schaffen hier. Und was weiterhin noch aussteht, ist die Maske der Crocs, wegen der wir eigentlich hier reingegangen sind. Die gilt es natürlich auch noch zu finden. Und die ist... Laut den Gerüchten... Ja, in den verlorenen Wäldern. In einem Baumstumpf. Nee. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Ich trinke die. Und... Ähm... Bekämpfe die Feuerviecher. Schnell weglegen die Waffe. Ach, verdammt, darf ich ja nicht... Ah... Ich wollte die nur löschen. Ja, ist gut. Ach Mist, stimmt ja. Wie kann ich das am besten löschen dann? Okay, wir versuchen es noch einmal. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie lange die Sachen haltbar sind. Vielleicht täusche ich mich da auch und vielleicht sind die Waldsachen doch länger haltbar, als ich denke. Ja, ich hab mir das halt nur so gedacht, weil die halt aus Holz sind. Und weil mir halt gesagt wurde, dass die Prüfung vorbei ist, wenn die kaputt sind. Das muss mir natürlich nichts heißen. Das finde ich sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn dadurch kann ich jetzt hier wirklich durchatmen. Wenn ich hier sterbe, ist die Prüfung dann vorbei? War das eine Bedingung? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ich sterbe, bin ich dann auch raus. Ah so, ich muss ja wieder komplett hier... Uh. Okay, einmal. Ähm. Mit Schwung. Aber wieso geht das jetzt nicht? Verstehe ich gerade nicht. Okay. Ja, so funktioniert es. Okay. Moment. Nein. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, verflixt. Jetzt haben wir es gleich. Es dauert einfach nur. Okay, jetzt haben wir das Türmchen hier umgestoßen. Jetzt sind wir hier. Okay. Ich muss auch hier Ausschau halten, weil womöglich ist es hier auf diesem Pfad. Oh, ich wäre fast getroffen worden. Womöglich ist es hier auf diesem Pfad. Und ich wurde getroffen. Ich darf ja nicht. Ja, verdammt. Hä? Habe ich es weggelegt? Oh, ich habe es versäht. Ich habe es nicht weggelegt. Ich habe... Dass das so nervig wird. Das ist so wirklich hart, diese Prüfung. Ja. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich will das versuchen. Wenn nicht, machen wir das halt ein andermal. Aber jetzt, wo wir schon da sind... ...würde ich das gerne schaffen. Hoffentlich kriegen wir dann auch eine angemessene Belohnung. Vielleicht kriegen wir dann sogar die Krogmaske als Belohnung. Und nicht, dass wir dann irgendwie 200 Rubine bekommen. Das wäre natürlich auch schön. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist halt immer so... Ja, das ist eine Frustration, wenn man einfach nur Rubine dann bekommt am Ende von so einer Tortur einfach. Das ist halt immer so etwas Unbefriedigendes. So etwas, wo man sich denkt... Ja, ist ja schon irgendwie nett, aber... Ja, hätte nicht unbedingt sein müssen. Auch der Himmel sieht interessant aus. Und da sind auch wahrscheinlich... ...die Baumkronen, die wir gesehen haben, schon aus der Ferne. Okay, das ist hier so. Wahrscheinlich ist dann hier nahe des Midosumpfs... ...den der Schrein. Okay, und das alles wird wohl wahrscheinlich der Wald der Krog sein. Und wie ich dann gesagt habe, das drumherum... ...wird dann der Wald von Hyrule sein. Und da hier der Bereich der Vordergröße sind dann halt die verlorenen Wälder. Okay, interessant. Finde ich aber gut, dass sie das so gemacht haben, dass es nicht so... ...total getrennt ist. Sondern dass das alles so eins ist, so ein großes Waldgebiet. Das gefällt mir ganz gut. Haben sie gut gelöst. So, warte mal. Stopp. Ah! Oh. Jetzt sollte ich vielleicht doch mal den... ...den Glibbertypen weg. Link, du schaffst das. Warte mal. Wie kann ich am besten Kisten schieben? Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich am besten... Nein! Ich darf ja da... Stopp. Nebel. Ich habe den Eindruck, es funktioniert wirklich am besten, wenn man da so ruckartig... ...schieben, weg, schieben. Schieben, weg, schieben. Nein! Nebel, 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 Nebel. Er kam schon, aber ich habe ihn noch... ...abhängen können. Ich könnte auch hier springen, ne? Ja, ne? Ach, keine Ahnung. Egal. So. Fall. Turm. Fall. Fall. Komm, Link, so schwer sind die auch nicht. Das sind leere Holzkisten. Oh, danke schön. So, lass mich hier vorbei. Ja, genau, komm. Link. Link. Nein, Link. Oh, gut. Eine Güte. Die hält auch nicht ewig. Aber ich würde sagen, die kill ich. Das Problem ist da dann halt natürlich... Kann ich damit rumfuchteln? Ne. Achso, wenn ich es wegstecke, reicht das schon. Das ist gut. Okay. Eisklotz, Eisklotz. Los. Ich weiß, eigentlich könnte und müsste ich hier viel geschickter vorgehen, aber es ist halt teilweise einfach nicht möglich. Und ich weiß halt auch einfach echt nicht... ...muss ich einfach auswendig lernen. Ich muss so eine Linie befolgen zwischen den Steinen, glaube ich. Habe ich den Eindruck. Ich glaube, anders geht das nicht. Ich muss hier wirklich ganz entspannt rangehen. Sollte ich vielleicht was... Ne, zu mir nehmen, was mich elektroresistenter macht, brauche ich eigentlich nicht. Die Elektrogegner machen mir noch nicht so viele Probleme. Es sind eher die Feuergegner und die Eisgegner. Okay. Aber kein Stress. Und ich muss parallel auch noch die Augen aufhalten. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es ist durchaus möglich, dass die Krog-Maske hier irgendwo versteckt ist. Und eigentlich könnte man hier ganz gut, wenn man Zeit hätte und Waffen hätte, könnte man die Gegner gut gegeneinander ausspielen. Aber die Zeit habe ich jetzt einfach nicht. Und hier muss man einfach schnell sein, glaube ich, auch. Nur wie? Hier hätte ich vielleicht springen müssen. Hätte das was geholfen? Oder kann ich das noch gar nicht? Ist meine Ausdauer dazu noch nicht gut genug? Oder mache ich irgendwas falsch? Kann ich das viel geschickter machen? Habe ich ein Item, was mir helfen könnte? Eine Technik, die mir helfen könnte? Ist da irgendwie eine Anhöhe? Könnte ich mich da vielleicht drüber gleiten lassen? Weil dann hier mal keine Anhöhe. Ah, nix. So, weg. Nicht, dass mich die Gegner der ersten Etappe schon fertig machen. Und ich vermute, dass da noch mindestens... Zwei weitere... Etappen dazukommen. Warte, Ausdauer voll aufladen. Und springen. Ja, dann springe ich voll gerne rein. Nee, das ist nicht gut. Also muss ich hier wohl doch langsam vorgehen. Ich will eigentlich auch nicht den ganzen Part, die sie von hier versuchen. Aber ich sollte mich so oder so heilen. Egal, wie ich vorgehe. So ist mein... Nee, nee, das ist ungültig geworden. Das sollte ich machen. Ich glaube, das ist ganz intelligent. Aber das trinke ich erst später. Ich hoffe wirklich, wir kriegen die blöde Maske als Belohnung. Ich wüsste nicht, was ich hier alternativ bekommen sollte. Oder halt Rubine. Aber ich könnte mich schon vorstellen, dass es die Maske ist. Vielleicht haben die Crocs die dann irgendwie selber gefunden. Und wollen die dann den würdigen Krieger, der hier den Blödsinn hier meistert, überreichen. Ja, ja. Ah, ja. Okay, also sollte ich hier wohl doch langsam reingehen. Langsam, aber nicht zu langsam. Okay, erste Etappe geschafft. Uh, das war kritisch, das war kritisch. Wo kann ich hier hoch, 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 hoch? Okay, hier ist es. Was ist hier drin, was ist hier drin? Hätte ich hier theoretisch Neues bekommen, oder was? Ja, ne? Ich hätte nichts bekommen. Okay, ich darf mich umschauen, das ist gut. Aber so kann ich meine nächsten Schritte planen. Mhm. Da geht's weiter. Ich verstehe. Okay, die Gegner werden ausgeblendet in dieser Ansicht. Das ist auch interessant. Okay, mal gucken. Und es geht weiter. Das hätte ich nicht... Das war ein Riesenfehler. Ich wusste... Scheiße, ich hätte da langsam runtergehen sollen. Gerade ist es mir eingefallen, als ich abgesprungen bin. Ach, Mensch. Mensch, das waren saudumme Fehlern. Jetzt bin ich hier wieder ganz am Anfang, ne? Ja. Aber immerhin weiß ich jetzt wieder ein bisschen mehr, wie es geht. Also im Schlamm langsam vorgehen. Sachte. Aber dennoch bestimmt... ...zum nächsten Stein gehen. Ich weiß gar nicht. Wenn ich eine größere Ausdauer habe, kann ich dann auch länger im Schlamm sein? Ich glaube aber eher nicht. Nee, das hängt, glaube ich, nicht damit zusammen. Ich sollte auch mal die Ausdauer verbessern. Ich weiß. Aber Herzen sind mir dann doch irgendwie wichtig. Ich glaube, einmal werde ich dann noch... Herzen machen und dann beim nächsten Mal Ausdauer mal. Weil man findet ja Herzcontainer. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass man nicht beides... Nein, das ist mir zu knapp. Das ist mir zu knapp. Scheiße. Ich weiß auch, dass man nicht beides auf Maximum leveln kann. Also Herzen und Ausdauer. Muss man halt gucken, was für ein... ...wichtiger ist. Und ich will beides so relativ hoch kriegen. Aber ist auch nicht schlimm. Weil ich meine, für beides gibt es Essen. Also es gibt Sachen, die einem über das Maximum hinaus Herzen geben. Und alles. Ist also nicht unbedingt das Problem in diesem Spiel, würde ich sagen. Hallo? Ich weiß nicht, Link ist in diesem Spiel irgendwie ein bisschen Kletter. Vielleicht nicht faul, aber unfähig irgendwie. So, okay. Hier sind wir durch. So, jetzt geht das hier los. Jetzt geht der Mist hier durch. Hallo? Ja, der hat mich geschlagen. Und dadurch bin ich natürlich untergegangen. Danke dafür. Was könnte mir helfen? Aber heilen muss ich mich theoretisch gar nicht mehr. Ich meine, ich habe ja das Gebet. Aber die Frage ist, ob das Gebet als Wiederbelebung oder als Verhindern des Todes gilt. Das weiß ich nicht. Ob man jetzt schon mal tot ist und dann wieder lebendig gemacht wird oder ob man gar nicht erst stirbt. Weil das ist relevant für diese Mission, glaube ich. Weil wenn ich sterbe, bin ich ja eigentlich raus. Okay. Okay. Das geht wieder los. Ja. Wenn ich getroffen werde, ist es natürlich K.O. Allzu lang werde ich es nicht mehr probieren. Mensch, ist das frustrierend. Oh, ey. Ob wir das immer und immer und immer wieder zu versuchen, bringt auch nicht allzu viel. Okay. So. Ich hoffe wirklich, dass nach diesem Tümpel nicht mal allzu viel kommt. Ich finde, so eine Sumpfpassage ist eigentlich schlimmer, dem ganz viele, ganz starke Gegner kommen. Finde ich persönlich. Weil da könnte ich mich heilen. Da könnte ich alle möglichen Maßnahmen ergreifen. Ich verstehe es nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Was ich wohin richtig gemacht habe? Was kann man da tun, um im Sumpf zu überleben? Ich verstehe es einfach nicht. Das frustriert mich so. Das ist scheinbar willkürlich irgendwie. Springen darf ich schon mal nicht. Aber wenn ich ganz langsam reingehe, dann reicht es nicht. Oder ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich habe gar nicht so drauf geachtet. Und dann hat es doch... ...koniert. Aber das Ding, also mein Schika-Sensor meldet schreiend in der Nähe. Also kann das Ding nicht allzu weit sein. Und es wird stärker in diese Richtung. Das ist schon mal relativ tröstlich. Aber hier wird es plötzlich schwächer. Was kein gutes Zeichen ist. Was heißt, dass ich hier drum rum tänzel die ganze Zeit. Oder etwa doch nicht. Oder war das ein anderer Strein, der hier ange... Ich weiß es nicht. Ne, wenn ich ja hier reinspringe, dann bin ich ja gleich unten. Die Frustration steigt langsam. Aber man darf sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber ich würde sagen, jetzt esse ich doch mal wieder was. Warte mal, kann ich mich da doch nicht irgendwie gleiten lassen? Uh, warum ist nicht der Himmel so grün? Aber hier wird die Maske nicht sein. Das wäre ja dämonisch versteckt. Warte mal, kann ich vielleicht einfach hier rauf? Oder kann ich da drauf klettern? Und dann irgendwie hier kann ich auf jeden Fall nicht so getroffen werden. Aber ich darf mich nicht so sehr in Sicherheit wiegen, wie man gesehen hat. Aber das ist ganz gut. Weil hier kann ich jetzt so hier hinfliegen. Nein! Zwei Millimeter vor dem Scheißstein. Oh, komm schon. Aber das ist gut. Das ist gut. Das habe ich gar nicht so gesehen. Gar nicht so wahrgenommen. aber da sind Bäume und die muss ich mir auch zunutze machen. Das kann mir sehr helfen. Ich sollte vielleicht die Octoroks erledigen, aber ne, ne. Ich weiß nicht. Es ist so schwer abzuschätzen. Du musst dir wirklich überlegen, was nervt mich am meisten? Was muss ich umbringen? Was darf ich nicht umbringen? Weil ich sonst unnötig meine Waffen abnutze. Es ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Also diese Prüfung gefällt mir, aber gleichzeitig hasse ich sie. Ich mag die Idee, hasse es aber hier das selbst machen zu müssen. Uh, ist einmal vorbeigeschlittert hier. Okay. Also einmal richtig mit Anlauf springen. Okay. Und geschafft. Und geschafft. Okay. Und nächster Stein. Und Hey? Was zur Hölle? Nicht hier wieder Nein. Oh Gott. Oh, ich kann diesen scheiß Weg hier nicht mehr sehen. Aber das ist gut. Kann ich mir das vielleicht noch irgendwie mehr zunutze machen? Die Bäume, dass ich mir den blöden Steinkram gar nicht antun muss vielleicht. Aber ich glaube, das wird schwer möglich sein. Ich gehe erst mal wieder rein. Warte mal, wenn ich mich duke, sehen die mich da noch? Ja klar, tun sie das. Die sehen alles. Die sind allmächtig. Die Gegner sind allmächtig in diesem Spiel. Die Gegner kontrollieren mich komplett. Oh. Oh Mist, die blöden Octorock-Viecher. Ich muss die umlegen. Ich muss. Ich will jetzt auch mal testen. Wenn ich Miefas gebeten Anspruch nehme, fliege ich dann raus oder nicht? Hallo? Greif mich an. Töte mich. Oh, du bist so schwach. Warte mal, geh ich mal zu dem Schleim. Beide. Mach mal Mobbingkreis gegen mich. Och, die sind so schwach. Meine Güte, sind die schwach. Kommt hier, strengt euch mal an. Los. Ja, so. Danke sehr. Danke, Miefa. Und das gilt nicht als tot. Scheinbar, oder ist es egal. Auf jeden Fall, ja, gut. Jetzt müssen wir allerdings auch wieder warten. Eine halbe Stunde war es, glaube ich, gell? Eine halbe Stunde war es. Nee, gar nicht. Es war weniger. 24 Minuten. Ah, die Zeit steigt wahrscheinlich. Das kann natürlich sein, jetzt in 23 Minuten noch. Das wird wohl nicht reichen bis zu meinem nächsten K.O. Aber gut. Besser als gar nichts, würde ich sagen. So. Und ich habe die Nase gestrichen. Wo sind aber die Octoroks? Sehr schön. und der schießt mehrere gleichzeitig, wie wir wissen. Und das ist gerade sehr schön. Wo ist der andere? 2, 2, 2. Wo ist der? Ja, genau. Ja, sicher doch. Die nerven mich auch noch ganz schön. Aber gegen die kann ich nicht allzu viel... Ne, egal jetzt. Ach, da war der. Könnt ihr mich hier noch... Nein! Ach, ich darf schon nicht springen. Ich trottel. Aber Schlamm ist es furchtbar. Das Schlamm ist... Die Lava des Waldes. Mindestens so schlimm wie Lava. Wobei... Na gut, wenn ich feuerfeste Kleidung habe, dann ist es tatsächlich die Lava des Waldes. Ich habe selten in einem Videospiel sowas penetrantes, Schlimmes erlebt wie diesen teuflischen Pfad. Diese, weiß ich nicht, dämonische Aufgabe. Dieses... Ja, diese Ferne von allem Guten. Ach, ja. So, Octorok. Zeig dich, du feiges Vieh. Mir egal, dass ich gerade abgeschossen werde. Zeig dich. Ich bin halt nicht, du feiges Vieh. Hallo, Octorok. Octorok. Ach, gilt... Ach, warte, warte mal. Gilt der... Ah, ist es gespeichert? Ist der... Das finde ich ja gut. Go to hell. Oh. Nein, wieso das denn? Wieso das denn? Das Schlimme ist diese Willkür irgendwie. Warum habe ich das nicht geschafft? Ich bin doch nicht gesprungen. Oder muss ich hier wirklich ultra langsam rein? Bin ich zu schnell reingegangen? Darf ich hier nicht normal im Lauftempo rein? Muss ich wirklich reinschleichen? Ich versuche das jetzt. Ich schleiche jetzt. Geht mir aus dem Weg. Weg. Ich habe schon wesentlich Schlimmeres überwunden als euch. Komm, 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 komm. Ja, denk, alte Oma. Einsprache. Ja, so, danke. Gebt Gummi, ich habe nicht ewig Zeit. Und du auch nicht. Du hast noch so viel zu tun. Wenigstens gelten die Gegner hier als gespeichert, also als getötet, wenn ich sie getötet habe. Hätte ich auch zu dem Steindeich segeln können. Das hätte ich, glaube ich, machen können, aber ich habe mich nicht getraut. So, wir gehen jetzt ganz gemütlich hier rein, dann funktioniert es auch. Der ist tot. Ganz gemütlich reingehen, so ganz langsam. Ja, und dann läuft das doch. Sehr schön. Alles in der Bärchen. Oh, wenn ich jetzt gestorben wäre, ich hätte geschrien. Ich hätte geschrien. Wirklich. Naja. Okay. Wo geht es weiter? Hier? Ich sehe den Schrein leuchten. Ich sehe ihn leuchten. Es ist nichts zu sehen. Wahrscheinlich kommen jetzt, erscheinen jetzt die Läunen, jetzt kommen die Läunen dann ins Spiel. Warum habe ich hier Fässer? Warum hab, warum muss ich mir die hier reinrollen? Kann ich hier in dem Sumpf hier gar nicht mehr laufen? Ich vermute es mal ganz stark. Okay. Ja. Geht immer noch. Oh. Das ist natürlich sehr unfreundlich. Ach, guck an. Ja, jetzt brennt das hier. Das ist natürlich unangenehm. Oh, es brennt. Aber auch das vergeht. Och, wisst ihr was? Bisher ist das gar nicht so schlimm. Aber ich habe den Verdacht, dass das schlimm werden wird noch. Tot. Ne, nicht ganz tot. Hallo? Ach, der ist aber wieder schränkt dich. Ja, fauch ein bisschen. Ja. Nicht eingeschnappt sein. Lieber dich zeigen. Ich will hier nichts riskieren. Ich will jetzt auf Sicherheit spielen. Komm halt jetzt auch. Raus. Richtig. Ja. So. Der macht mir schon mal keinen Ärger. Ich kann dem Braten hier einfach nicht trauen, dass da der Schrein ist und dass ich dann geschafft habe. Ich fass es nicht. Ich habe es geschafft. Hä? Das war ja gar nichts eben. Hä? Okay. Der Mittelteil war... Okay. Egal. Nee. Glückwunsch. Du hast die Feuergruppe bestanden. Wenn auch... Wenn du auch deine gesamte geistige Gesundheit verloren hast. Egal. Deine Belohnung erwartet dich im Schrein. Ach ja. Ach ja. Wenn du die Prüfung nochmal machen willst, dann... Nee. Nee, 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 nee. Stopp hier. Äh, äh. Äh, äh, äh. Nichts nochmal. Die Belohnung bekomme ich im Schrein. Im Marmurano-Schrein. Ich dachte jetzt eigentlich, dass hier mal mindestens zwei Läunen erscheinen. Und so... Irgendwas richtig, richtig, richtig Krankes. Und da war das so was Pillepalle-mäßiges. Hallo? Ich dachte, dass ich zumindest mal in dem Sumpf gar nicht laufen kann. Nicht mal einen Schritt und sofort untergehe und halt die Fässer reinrollen muss. Und da gehen wir jetzt halt mal in den Schrein, wenn wir da unsere Belohnung bekommen. Wahrscheinlich ist der Schrein dann jetzt nochmal richtig dämonisch. Ja, das muss sein. Okay. Der Part ist zwar schon ziemlich lang, aber ich will trotzdem reingehen. Stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Wirklich. Kann ich mir mal einen Schulterklopfer geben. So, weg damit. Marmuranus. Segen. Oh. Gar keine Prüfung. Ach, das ist ja schön. Und es ist eine Rubine. Antike Riesenkern. Naja. Ja, ist natürlich auch nett. Wird wahrscheinlich viel Geld bringen und ich werde es wahrscheinlich auch brauchen irgendwann mal. Aber... Es ist halt im Endeffekt wie ein 200er-Rubine. Es ist nice to have, aber du hast dir den Arsch aufgerissen und kriegst dann sowas. Ah, naja. Antike Riesenkern. Uralte Technologie brachte diesen gewaltigen Energiekern hervor. Derart große Kerne sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man ihn verwendet. Interessant. Können wir mal zum Hateno-Institut bringen oder sowas? Dann können wir den Schrein abschließen. Kriegen wir noch ein Zeichen der Bewährung gratis oben drauf. War aber auch nur ein Kuschelschrein. Finde ich gut. Auch wie gesagt, ich habe mit etwas Brutalem gerechnet. Du hast die Prüfung gemeistert, ohne diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du da aus der Welt der Held. Ja, vielen Dank. Aber ich denke, es wird einer der Schreine sein in diesem Spiel, die am schwierigsten zu erreichen sind. Weil allein um den zu finden, muss man diesen Pfad überstehen. Ja, ich hoffe auf Beistand von ihr. Aber bisher haben wir unseren Weg ja gut gemeistert. Es gab Höhen, wie Tesla. Es gab Tiefen, wie diesen Pfad. Aber insgesamt war es eine Reise. Er hat zum Höheren selbst... Ja, nein, lass mir das. Sie ist auch noch gar nicht zu Ende. Sie ist hart ja nicht mehr zur Hälfte. Sie ist nämlich zur Hälfte abgeschlossen. Muss ich jetzt noch mal zurück oder... Ist das immer noch aktiv? Also ist jetzt... Nee, die ist jetzt geschafft, die Prüfung. Ja, ist jetzt geschafft. Ich muss nur zurückkommen. Aber es spawnen wahrscheinlich keine Gegner mehr, hoffe ich, oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Also ich muss zurückkommen. Aber die Prüfung ist ausgeschaltet. Aber ich lasse die Sachen trotzdem noch mal angelegt. Nur für alle Fälle. Ja, das können wir jetzt locker flockisch hier. Oder auch nicht. Ah, verdammt. Wo lande ich jetzt? Lande ich jetzt am Anfang? Ich hoffe ja. Ja, die Switch überlegt sich's. Ja, ich lande am Anfang. Das ist gut. Aber den Kern habe ich noch nicht, dass ich den jetzt verloren habe. Weil die sagen, nee, du bist gescheitert. Gib mir gefälligst den Kern wieder zurück. Der ist nicht hier. Der ist hier im Materialien. Da ist er. Na, was sagst du jetzt? Mein Glückwunsch zur bestandenen Feuerprobe-Werte hält. Hat doch Spaß gemacht, oder? Nein, hat es nicht. Oh Gott. Oh Gott, mir wird schlecht. Oh, mir wird schlecht. Sag mal, wie findest du noch eine heißere Prüfung? Keine Sorge, ist nicht viel anders als vorher. Du hast nur weniger Zeit. Ich hasse dieses Spiel gerade. Das ist so schlimm. Dieser schöne, märchenhafte Fall, der puppt sich als Hölle. Als Abgrund des höllischen Schlotz Satans. Der... Egal. Gut, das machen wir aber nicht in diesem Part. Na gut, fünf Minuten, das geht noch. Und noch Geld dafür verlangen. Ah, ja, Frau Böhrchen, ja. Okay, gut. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Türi, 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 türii, türii.